Oh, was ein Dungeon, ey. Ich wurde während der Magie angegriffen. Ich hoffe, dass es das Spiel nicht zum Absturz bringt. Ja, es hat auf jeden Fall... Die Heilung hat nichts genützt. So, okay. Ich gehe jetzt mal wieder hier hoch. So, das geht da hin. Ob das jetzt richtig ist, oder nicht? Hau ab, Mann! So. Nein! Ach, komm, ey! Ja, toll. Kann ich wieder vorne anfangen. Weil jetzt stehe ich wieder irgendwo unten rum. Ja, schön. So, ich gehe jetzt mal hier lang. Das war so ein Ding, wo ich meine Zauberei auftanken konnte. Ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt den gleichen Weg laufe oder einen anderen. Es ist total verwirrend. Es ist okay für mich. Ähm, ich komme damit klar. Auch wenn es mich aufregt wie die Hölle. Und da greift mich irgendwas an. Ein Drachen. Na klar, ein Drachen. Warum nicht? Och Gott, ey! Haut ab, ey! Ihr verfickten Fickvierer, ey! So. Ja, gut. Wir kommen da wohl hoch. Und dann töten wir den Drachen. Wir töten einfach den Drachen. Wow, ey, ey! Cut's ab! Meine Fresse, das ist ein Weg hier hoch. Dann solltest du gehen können. Okay, gut. Und dann. So. Drachen tot. Und der Beamer erscheint wieder. Okay, was haben wir hier? Schriftrolle Unsichtbarkeit brauchen wir nicht. Ja, jetzt muss ich natürlich wieder zurück zum Anfangspunkt. Um diesen Beam-Ding da zu finden. Ich hab natürlich nicht die leiseste Ahnung, wo dieses Dax-Ding ist. Ach Gott, du Scheiße. Ja. Und wo waren jetzt die Teleport... Oh, da war das. Okay, gut. Och. So. Und so. Und so. Und so. Und so. Und so. Ja, und wo war jetzt der Teleporter erschienen? Da nicht. Da gehen wir nicht mehr hin. Ah, da ist der Teleporter. Okay, wir haben es anscheinend doch richtig geschafft. Ich will auch gar nicht wissen, was hier auf dieser Ebene noch sonst so ist. Es interessiert mich einfach nicht. Ich will einfach weg. Ja, und jetzt sehen wir, jetzt verschwinden die Scheißdinger. Ja, was ich natürlich dachte, ist jetzt, dass meine Sache nicht funktioniert. Und wieder das Problem. Das Ding, ähm... Hat halt, ähm... Bugs. Und man erwartet diese Bugs dann irgendwann. Und man weiß dann auch nicht, ob es jetzt alles... Bugfrei ist. Es ist zum Kotzen. Ja, wir wissen, dass wir natürlich durch dieses Tor einfach durchgehen könnten. Theoretisch. Aber jetzt gerade im Moment nicht. So, jetzt müssen wir natürlich gucken, wo wir den Beamer denn den speziellen Beamer hier finden. Die Dinger schießen irgendwie vor uns. Gut. Gut. Und dann sind wir wieder auf der Ebene des Feuers. Und zwar auch sowas ähnliches waren wir auch schon mal. Und dann drücke ich lieber auch mal auf die Speichertaste. Bevor uns hier wieder irgendwelcher Kack passiert. Wir haben einen Gegner. Ja, und nun? Ja. Da ist ein Dämon. Jetzt weiß ich nicht, ob ich jetzt überall einen Drachen töten muss. Oder ob ich da irgendwas anderes töten muss. Ich wäre jetzt fast gestorben. Na, genau, genau. Und, ja, ja. Ja, okay. Ich bin tot. Ich bin tot. Tschüss. Es ist ja wohl echt zum Kacken hier, ey. Meine Fresse. Ich bin echt angefuckt, ey. Ich weiß nicht, ob ich gerade eigentlich nur aufnehmen sollte. Normalerweise müsste ich jetzt eine Pause machen, damit ich mich irgendwann wieder beruhige. So, Digga, die hauen wir jetzt einfach mal die ganze Zeit auf die Fresse. Und, ja, das Schild, das funktioniert nicht mal, dieser Schildangriff. Ich dachte, jetzt probieren wir den mal. Nö, der geht gar nicht. Kannst du knicken, Junge. Ist vorbei mit Funktionieren hier. So, ich will jetzt einfach nur irgendwo einen beschissenen Drachen sehen, den ich in die Fresse hauen kann. Und dann ist gut. Und schon wieder ein scheiß Dämon. Oh, guck an, der sieht anders aus. Der sieht anders aus. Der ist speziell. Guck mal, der ist speziell. Der kam bestimmt besonders viel ab oder so. So, warte mal, warte mal, warte mal, Digga. Boah, ich drück die ganze Zeit falsche Sachen. Charisma. Okay, funktioniert nicht. Wow, 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 okay. Moment, 6, 3, 4, da. Nix. Scheiße. Ich hab jetzt echt gedacht, dass dieser Typ hier im Prinzip das alles auslösen würde, weil der halt irgendwie besonders aussah. Also, so einen Dämon hab ich auf jeden Fall noch nie besiegt. Und, ähm, ich hab jetzt echt gedacht, da kommt was, aber nö. Äh, was ist das zum Abgekotzen? Na, komm her jetzt. Okay, da bringt's auch nichts, da weißt du, dass ich ja nicht raufspringen kann. Nö, da geht's auch nicht lang, da geht's auch nicht lang, da ist Sackgasse, da ist Sackgasse. Und dann wieder zurück. Ach Gott, scheiße, ey. Naja. Da geht's lang. Ist er von mir gekommen nicht eigentlich, dachte ich eigentlich, dachte ich eigentlich, okay, es war der Nordweg. Irgendwo hab ich schon wieder einen Dämonen gehört. Ach da. Nein, nein, komm. Mach nicht so'n Scheiß. Abfuck. Okay, komm. Das heilen wir jetzt. Hat nichts gebracht, weil ich angegriffen wurde. So. Okay. Komm, mein Freund, du bist tot. So, und oh Gott, ey, ich spring schon wieder in die Lava. Ey, es ist nicht zum Aushalten. Okay, was ist dein Scheißproblem? Zum Kotzen ist das doch. Ich will auch nicht speichern, weil ich jetzt gewissermaßen Angst hab, weil ich den einen Dämonen getötet hab. Dass das alles im Prinzip, äh, hätte dann auch enden müssen. Aber ich weiß nicht, ob ich alle Dämonen töten muss. Kann auch sein. Das ist einfach nur einer der Chef-Dämonen war und zack, ey, ne. Aber... Also, ein bisschen das Kotzen krieg ich hier gleich schon, ey. Ohne Scheiß. Ja, das war's. Ich hab alles erkundet. Hier ist nix mehr. Der Chef-Dämon hat nix geändert. Das finde ich nicht nice. Okay, ähm, 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 abfacken, ein bisschen zurückstellen. Ich will mich auch nicht künstlich aufregen. Alles okay, alles schön, alles toll. Ich bin völlig in Ordnung. Bin total glücklich mit der Situation. Das Spiel ist ein schönes Spiel. Ich will hier nicht meckern. Ich renne jetzt hier noch ein bisschen rum. Vielleicht ist ja hier noch was. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ich dachte, ich wäre hier schon gewesen. Ich bin mir jetzt aber ehrlich gesagt auch nicht mehr sicher. Ähm. Nicht? Ja, doch. Weiß ich nicht. Was ist denn du? Ich höre hier Gegner, aber ich sehe keinen. Ja, wo? Da! Haben wir noch einen Dämonen. Na, Digga, was ist los? Oh, guck mal, auch nochmal so ein Digga. Wow! 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 What the fuck, Alter! Mit einem Schlag hat er mich fast komplett zugrunde gewirtscht. Nein, nicht im Atem des Manas. Braue ich nicht. Das sind mal Gegner, Mann! Die können wir wenigstens was tun! Ich schätze, ich muss alle Dämonen beseitigen. Und ich würde sagen, da muss ich jetzt nochmal nach links gehen. Und dann dürfte ich eigentlich alles abgelatscht haben, was hier so zu finden ist. Wenn es dann einfach möglich ist, dass ich es hier tue. So, okay. Hier wird es bestimmt auch nochmal einen Dämonen geben und dann müsste es eigentlich das gewesen sein. Ah, okay, so einer. Ja, das war's. Doch, ich höre noch einen Dämonen. Okay, ich muss da rüber. Ja, okay, da gibt es noch einen Dämonen. Nochmal normalen. Okay, da müssen wir nochmal Sonny töten. Oh, jetzt komme ich da nicht ran, weil der so weit weg ist. Ich kann ihn nicht treffen. Scheiße. Komm. So, komm her, Dämonen. So, was ist jetzt noch? Was ist jetzt noch? Komm. Was kann jetzt noch kommen? Irgendwo lacht schon wieder ein Dämonen. Ich gehe ja tot. Und da ist noch einer. Oh, noch wieder ein Starker. Oh, okay. Du kannst mir nix. Der Typ kann mir was. Oh, wenn er zuhaut, dann habe ich nämlich ein Problem. Der zieht mir nämlich gleich ein Drittel meiner Lebensenergie ab. Okay, Arvin. Okay. Jetzt bin ich echt langsam verwirrt. Das ist ein riesen Level hier. Da haben sie nochmal richtig reingeklopft hier. Ich glaube, da ist nix. Ich gehe nochmal hier weiter. Ich weiß es nicht. Ich will aber auch nicht zu früh nachgucken, bevor ich nicht weiß, ob ich... Ach, guck einfach noch ein Skelett. Ja, okay. Damit haben wir jetzt nicht so die Probleme. Guck an. Ich glaube, ich bin hier richtig. Spann ich mal lieber ab. So. Okay. Wow, 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 wow. Komm, du bist weg hier. Du hast hier nix zu suchen, mein Freund. Okay, du bist der Dämon, den ich suche. Dich muss ich töten. Okay, du bist tot, oder? Ja, aber wo ist jetzt das Ding erschienen? Hier, okay. Meine Güte, ey. Ich will mal noch ein bisschen gucken hier. Ein riesen Level. Riesen Level, Wahnsinn. Nee, an sich war es ganz cool. Ich bin noch ein bisschen aufgeregt wegen den blöden Bugs, die vorher da waren. Ich sollte dem Spiel aber auch kein Unrecht tun. Von der Seite aus... Sollte ich vielleicht sagen, ja. Na. Na? Achso, ich bin schon hier. Okay. Gut. Gut, machen wir die nächste Ebene. Muss ja auch gemacht werden. Okay, da ist auch schon das Ding. Der neue Teleporter. Und den gehen wir auch ab.